Heute ist für den Gebietsverband Kreuz-Umland der Wahlkampfabschluss. Hier ist der Wahlkreis von Björn Höcke und wir hatten als Highlight uns rausgesucht, heute mit Simson Mopeds eine Runde durch seinen Wahlkreis zu formen. So, wir sind gerade in Ronneburg angekommen, Zwischenstation bei unserer Simi-Tour, die heute in Kreis um halb fünf gestartet ist. Wir haben jetzt den ganzen Wahlkreis fast einmal durchfahren, tolle Eindrücke, weite Landschaften, ein unheimliches Freiheitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl und überall die kleinen wunderbaren duftenden Zweitaktwolken, die wir hinterlassen haben. Es war einfach eine super runde Veranstaltung. Simi ist ein Stück Freiheit, Simi ist ein Stück altes Kulturgut und wir kämpfen um diesen Wert und wir kämpfen um die Traditionen und Kulturen, die uns auszeichnen. Dazu gehört dieses einmalige Zweirad aus Suhl. Für uns das absolute Highlight, aber dasselbe Ergebnis kam bei Björn heraus, das war heute eine Spitzenveranstaltung für ihn. Es war ein Erlebnis heute mit der Jugend unterwegs zu sein, die Resonanz war gewaltig. Ich habe es einfach nur genossen. Der schönste Augenblick für mich in diesem Wahlkampf. Vielen Dank. Kreis fielen wir an die Jugend.